Ich hab lang gewartet auf die zweite Staffel, Fritti hat gewonnen, dieser kleine Affe Dieses Battle ist so schlecht wie Magen-Darm Rekon ist dein Lappen, Fensterputzmann Es ist aber zudem immer der Boss, der jeden fickt Ich bin der Typ, der Gras und Pies tickt Du denkst, du schlägst mich in den Battle Doch ich rass an dir vorbei, wenn ich fette Du willst nicht wirklich battle, das rat ich dir nicht Denn wenn du gegen mich bändelst, wirst du zerfistet wie ne Bitch Ich der Boss chill in ner fetten Menschen Du nerdchillst nur mit fetten Menschen Rekon, bist nicht cool, sondern nur Gamer Gehst zu deiner Mom und sagst, ich bin Gamer Mach nicht auf cool, mach nicht auf schlau Rekon, aka, ewige Jungfrau Obwohl ich keine Hook brauche, mach ich einfach eine Weil ich eben viel Zeit habe, um zu schreiben Doch der Typ macht ein Auf-Rap-Analytiker Doch er ist nur ein kleiner Pferdapotheker Dieser Typ würde gerne mehr Abos haben Doch vorliegen keinen Like in meiner scheißen Labe Doch, doch, so zum Auf-Rap-Analytiker Nicht zu schämen Naja doch, Alter, geh dich schämen Haha, 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 haha Haha, 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 haha